Es gibt zwei große Thematiken in dem Stück. Einmal die Liebesgeschichte zwischen dem Baron Georg von Bergentin und der bürgerlichen Anna, gespielt von Alexander Absenger und Alma Asur. Und dann gibt es die andere Thematik, und das ist die politische Entwicklung in der Jahrhundertwende in Wien, also Zeit der Jahrhundertwende. Und meine Figur ist der junge Jude Leo Golowski, der in diese antisemitische Zeit hineingeworfen wird und mit diesen Hassattacken konfrontiert wird und versucht damit umzugehen. Zunächst über Sarkasmus und Ironisierung versucht er sich da irgendwie rauszuretten und die Situation zu verstehen und damit klarzukommen, bis er irgendwann dann über persönliche Erfahrungen so tief verletzt wird, dass das nicht mehr geht und er sich letztendlich dann seinem Peiniger auch stellt und beinahe ein bisschen in den Extremismus. Und er abdriftet und sich dem Zionismus zuwendet. Also dem Ziel, der einzige Ausweg ist das Auswandern und das Trennen dieser beiden Gruppen. Also Juden können keine Deutsche oder Österreicher in dem Fall sein. Und es ist ganz interessant, diesen Bogen zu spielen von diesem sehr intelligenten, aber zunächst eher naiven Jungen, der sich damit auseinandersetzt und ironisiert, was da los ist, bis er dann wirklich tief verletzt ist davon und dann abdriftet. Diese verschiedenen Figuren zu spielen, die ineinander übergehen und diese Brüchigkeit zwischen den verschiedenen Figuren und auch, dass diese Figuren Ähnlichkeiten haben zueinander und dass man eben nicht eine Figur einfach komplett ablegt und dann in die nächste geht, könnte man auch machen. Aber ich fand es sehr interessant, dass man in jeder Figur auch was von der anderen mitnimmt und dass diese Figuren eigentlich alle einen gemeinsamen Bogen haben. Nicht sehen zu können stellt eine wahnsinnige Herausforderung dar. Wie erkenne ich einen anderen Menschen, den ich nicht sehen kann und dass man plötzlich auf sich zurückgeworfen wird und auf andere Sinne und dass man wirklich auf der Bühne auch als Schauspieler wenig wahrnimmt und ganz seiner Mittel beraubt ist eigentlich. Das war ganz, ganz spannend zu sehen und auch nicht leicht. Aber ich glaube, wir haben einen ganz schönen Weg gefunden und manchmal gelingt es anderen wirklich nichts zu sehen auf der Bühne. Und gerade in dem Moment, wo einem das bewusst wird, jetzt sehe ich nichts, kann man natürlich wieder sehen, weil dann schaltet das Gehirn sich ein, aber das ist, das ist sehr, sehr spannend und darin, das ist großer, großer Schauspielspaß, ist das, ist da hinzukommen. Ja, also ich finde prinzipiell, dass man gerade auf einer Bühne über Körperlichkeit sehr, sehr viel ausdrücken kann, das gerade im Vergleich zum Film natürlich einen viel größeren Bereich abdeckt und man über Körper wahnsinnig viel erzählen kann und dass das sehr, sehr wichtig ist und also in dem Fall habe ich jetzt mir verschiedene Bewegungsqualitäten überlegt, also das verschieden, gerade in den verschiedenen Figuren, verschiedene Figuren bewegen sich anders, gerade wenn man blind ist. Alleinmal haben wir versucht natürlich prinzipiell zu erfassen, was ist dieses Nicht-Sehen, wie stelle ich das dar, da hat jeder seinen eigenen Weg gefunden, den habe ich auch für die verschiedenen Figuren eigentlich ziemlich beibehalten, dass man wirklich, man sieht einen anderen Menschen nicht an, man versucht immer irgendwo hinzudenken, man versucht zu hören, wo ist der Mensch, ohne wirklich Augenkontakt herzustellen und anders wahrzunehmen über andere Sinne, das zum einen und dann zum anderen, wie sich diese Menschen bewegen. Zum Beispiel habe ich eine Figur, die schon in der kompletten Selbstaufgabe begriffen ist und die überhaupt nicht mehr vorsichtig sich bewegt zum Beispiel, sondern über das Geröllfeld dieser Stadt einfach geht, als könnte sie sehen, weil es ihr komplett egal ist, ob sie sich schneidet, ob sie hinfällt, ob sie sich wehtut, weil die schon über diesen Punkt der Selbstaufgabe hinaus ist. Und andere Figuren, die sehr, sehr vorsichtig sind, noch im ersten Stadion von gerade blind geworden und sich sehr versuchen zu halten und da findet man verschiedene Qualitäten, wie man sich bewegt und auch darüber verschiedene Stadien dieser Blindheit auszudrücken. Also ich habe in den Jux schon gespielt, mit Johannes Krisch zusammen, das war eine tolle Aufgabe, auch meine erste Rolle hier im Haus. Und da haben wir eine große Komödie gespielt und improvisiert miteinander und es war eine sehr schöne Zeit. Aber ich freue mich auf jeden Fall drauf, mal wieder eine Komödie zu spielen. Vielleicht kommt es ja in der nächsten Spielzeit. Ich darf noch nicht zu viel verraten, aber vielleicht gibt es da eine Möglichkeit.